Musik Herzlich Willkommen in Walzenhausen. Unsere Lage im Dreiländereck, erhöht über dem Bodensee und dem Rheintal, ist einmalig. Als idealer Kur- und Ferienort begrüßen wir Gäste aus nah und fern. Unsere 2200 Einwohnerinnen und Einwohner freuen sich auf Sie. Auch zahlreiche bedeutende Unternehmen haben hier ihren Sitz. Kurz, hier bei uns finden Sie hohe Lebensqualität und beste Zukunftsperspektiven. Walzenhausen, der Balkon über dem Bodensee, nimmt unter den unzähligen attraktiven Gemeinden der Schweiz noch einmal eine Sonderstellung ein. Der atemberaubende Blick umfasst nicht nur den Bodensee, sondern auch Landschaften dreier Länder. Deutschlands, Österreichs und der Schweiz. Und so haben Tourismus und Wellness hier Tradition. Seit 1896 als Standseilbahn, ab 1958 als Zahnradbahn verkehrt die Bergbahn Rheinegg-Walzenhausen. Doch auch an weniger nostalgischen Verkehrsanbindungen ist kein Mangel. 250 Meter unterhalb des Ortes verbindet der Bahnhof Rheinegg mit St. Gallen, Chur und Zürich. Die Autobahnen A1 und A13 sind in Minuten von Walzenhausen erreicht. Auf den Strecken der unmittelbaren Umgebung, verkehren Postautos und auch zu den Flughäfen Altenrhein und Zürich-Kloten gelangt man schnell. Tradition verbindet sich mit Innovation in perfekter Weise. Hightech korrespondiert im Ort mit traditionellem Gewerbe und der Schönheit der Landschaft. Produzenten und Dienstleister überzeugen mit hoher Schweizer Qualität. Rund 700 Arbeits- und Ausbildungsplätze bezeugen die Vitalität der von Schönheit verwöhnten Gemeinde. Bilder, die für sich sprechen. Kein Zweifel, Walzenhausen ist beliebt. Aber gleichwohl lassen sich in allen Preiskategorien Häuser und Wohnungen finden. Man sieht, der Bodensee ist nicht weit. Und auch die Möglichkeiten zum Wassersport erhöhen die Lebensqualität der Gemeinde. Eine einzigartig schöne Landschaft macht die ganze Region zu einem Wander- und Feriengebiet. Schwimmbad, Sportplätze und Sporthallen der Schulen stehen für andere sportliche Aktivitäten bereit. Und an die 50 Vereine prägen das Miteinander in Walzenhausen. Zwei Kindergärten und vier Schulhäuser. Ein Bildungsangebot von der Primar- bis zur Sekundarstufe mit kooperativer Oberstufe bezeugen die Verantwortung der Gemeinde für die jüngsten Einwohner. Mit der Gemeindebibliothek, mit der intensiven Pflege einer dörflichen Kultur, mit Konzerten in den Kirchen des Ortes und Veranstaltungen der Vereine zeigt sich Walzenhausen eindrucksvoll als eigenes kulturelles Zentrum. Auch die geistige Ausstrahlung des Klosters St. Ottilia ist von großer Bedeutung. 15 Kapuzinerinnen bewahren ihr Wissen von der Pflanzenheilkunde und geben es weiter. Neben dem Rehaspital Rheinburg-Klinik garantiert das Spital im nahen Heiden eine erstklassige medizinische Versorgung. Und das Altenwohnheim Walzenhausen schenkt seinen Bewohnerinnen und Bewohnern fürsorgliche Aufmerksamkeit. Höhe und Weite, sanft gewähltes Land mit Bergriesen im Hintergrund, der Zukunft zugewandte Arbeitswelt und allgegenwärtige Schwingungen von Harmonie, Landschaftsschönheit und Mitmenschlichkeit. Walzenhausen bleibt etwas Besonderes. Sie werden es lieben. Untertitelung des ZDF für funk, 2017